Denk den da im Liga noch rüber und dann Hager. Boah, Hager checkt. Harte checkt von Patrick Hager. Und der Nachschuss von Hager, der sitzt. Aufgepasst, Peter Gauw. Hager mit dem Ausgleich, das gibt's ja gar nicht. Das Highlight hier, Patrick Hager. Das war ein ordentliches Brett. So, one, let's get it. Hager, Hese, Hager. Was für ein Tor. Satzatz hat dieser Schuss. Patrick Hager. 4 zu 1 durch Münchens Kapitän. 4 zu 1 durch Münchens Kapitän.